Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Account und heute wieder mit Koko und heute machen wir ein langes Video und zwar ein MM2 Halloween Update Video und wir haben keine normalen Outfits, sondern wir haben Ghostface Outfits und das macht das Video nochmal besser Leute, deshalb lasst jetzt schon mal dein Like und ein Abo da und deshalb würde ich sagen, starten wir in die Runde, let's go! Und wir sind Innocent, was bist du? Ich bin Innocent. Ich auch. Mann. Ja, was denkst du denn? Ja. Okay Leute, wir versuchen einfach zu überleben und wir müssen gucken, gehen Sie bitte weg von mir. Gehen Sie bitte weg von mir. Komm, Kino sein. Okay, am Ende bist du doch Mörder. Oh nein, da unten ist, oder? Oh no. Wo bist du denn? Warte, ich komme. Boah, hier sind richtig viele Eishunsch wieder. Ach nee. Das heißt, eine große Hitbox. Mhm. Okay Leute, ihr müsst unser... Warte, stell dich mal hier hin. Ihr müsst unsere Outfits bewerten. Meins sieht besser aus. Was laberst du? Meins sieht besser aus. Dicca, du hast das Gleiche. Hallo? Dieser Schmetterling? Ich hab's auch gesehen. Aber es ist halt klar, so Scream ist ein männlicher Horrorkarakter. Ähm, Screen 5, Amber. Hintermys Mörder. Ich hab die Gun. Nein, ich hab's gekillt. Nein, ah, das ist so sch... Ich bin tot. Oh Leute, wählt dieses... Nee, wir wählen Vampires... Äh, Dings. Ihr wisst schon, Vampires-Kaste. Wir wählen das. Warte, ich weiß... Ich kenne Secrets, Sophia. Wo? Alle Kerzen, ne? Lila. Also auf alle Kerzen einmal tippen. Bis sie lila werden. Und danach geht das Secret hier auf. Guck. Warte. Da fehlt noch eine Kerze irgendwo. Oh no. Wir schauen danach, okay? Hm? Wir schauen danach. Ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Ich bin innocent. Innocent. Sophia, wo bist du? Das wirst du nicht herausfinden. Was geht da? Ich bin hinter dir, Sophia. Ich bin vor dir, Sophia. Oh, die da wie... Guck mal, das... Guck mal, das Messer in meiner Hand. Jetzt hab ich dich töten, Sophia. Du musst Angst vor mir haben. Wir machen ein Video. Nenn mich... Nenn mich Coco Scream Abi. Ab jetzt, ich bin Abi. Coco Scream Ghost Face. Coco Scream Ghost Face Abi. Und Leute, schreibt mal... Ich bin tot. Schreibt mal... Jetzt können wir das Secret austesten. Ich bin aber noch nicht tot. Ja, ich kann's austesten. Du ehrenlose. Also Leute, diese Kerzen kann man nicht dunkel machen. Aber die hier alle... Okay, warte, ich töte mich, ich töte mich. Nein. Warte, warte, noch nicht. Okay. Noch nicht. Ja. Noch nicht. Ey, Dicker. Mein Stuhl macht richtige Faxen, wie du's grad so hinterlässt. Ja. Immer, immer wenn ich live bin, mein Stuhl macht das auch, Dicker. Okay, wir schauen jetzt nach dem Secret. Also hier ist die Kerze und hier ist eine. Da? Ah, da. Ja. Und der Secret geht auf. Äh. Oh! Komm. Und hier sind zwei... Das ist... Haha, Sophia, bekommt ihr Platz da jetzt? Ja, du schon. Weil nur die Coolen dort sitzen. Ja, also ich... Oh. Jetzt hat jemand die Kerzen ausgemacht. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Hä, war voll cool. Ja. Ich wusste schon von Anfang an und ich hab nicht bei TikTok geguckt. Mein Koko ist ja kein Cheater. Bestimmt. Ich bin schon wieder innocent. Ich bin auch innocent. Mann. Spaß, ich bin Mörder. Wir müssen wieder Mörder und Sheriff werden. Und dann so die Leute pranken, wie bei Screen. Weil wir sind hier... Wir müssen eigentlich nur ein Jorn machen. Ja, am Ende dann. Oder... Äh, warte, warte. Hast du eigentlich das Video von Takuto gesehen? Nö. Äh, best Duos. Und dann hat er einfach nicht uns reingemacht. Was? Er hat alle... Er hat alle Duos reingemacht. Er hat... Äh, Fabio, Lina gemacht. Er hat sich selber und was weiß ich wen gemacht. Er hat alle reingemacht, aber nicht uns. Leute, schreibt alle in die Kommentare, dass Pink Koko das beste Duo ist. Ja. Ja. Weil es wird doch... Oha. Und was ist das? Da hast du diesen Skibbidi-Dubbidi-Dubbidi-Dubb-Dubb-Dubb-Dubb-Toilette. Lebst du eigentlich noch? Ich? Ja. Wir haben gewonnen. Jetzt fehlt es nur noch, dass du Mörder wirst und ich Sheriff oder andersrum. Ja. Und Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ist euer... Da ist die Gepäckenskiss drin. Ja. Was ist euer Lieblings-Horror-Film? Schreibt mal in die Kommentare. Und jetzt kommt mir nicht mit Terrifier. So viel Leute wollen maybe Kontakt mit dir. Crazy. Äh, wir nehmen Hospital. Du kannst weg, ich mach draußen meinen Funken Run. Ach so, das ist ja auch so richtig schlecht geworden. Die hat ja so ein richtig schlechtes Achtung gemacht, dass man drauf stehen muss. Hä? Ja, wenn man weg geht, das sind die... Ähm, das, was du gewählt hast, das geht einem einfach auch weg. Du musst drauf stehen bleiben. Was? Ja. Das ist richtig Skimidi. Ich bin schon wieder unschuldig. Obwohl ich 22% Chance hab, Mann. Weißt du was? Das Green Coco glitzte sich jetzt raus. Nein. Das hat ein Coco gewünscht. Oh. Ich hab mich selbst getötet, weil ich sie ins End gefallen bin. Aber ich kann die Callen, wer ihr Mörder ist. Ich hab die gegangen. Erschieß sie. Ja, ich hasse das, wenn Leute so vor dir laufen, die unschuldig sind. Nein! Skimidi. Wir geben kurz... Look at the get out. Put the phone down. This is for my safety. Hä? Let's go, scream brother. Yes. Put the phone down. This is for my safety. Okay. Put the phone down. This is for my safety. Leute, übrigens, ich baue keinen Kontakt auf. Aber wenn ihr mit mir ein bisschen Kontakt haben wollt, dann geht alle über den Link von meinen Community-Posts in meine Snapchat-Gruppe, in die von mir und Coco, wenn Coco da noch drin ist. Ich will Coco über mein Job, bitte. Ja, du warst mal drin. Ja. Und Leute, das Secret hat sich schon wieder geöffnet. Let's go. Was bin ich? Ich bin Murder. Okay. Okay, ich chill raus auf dich. Also warte auf dich. Wir nehmen Haste. Haste ist irgendwie in meinen Augen das Schlechteste. Also was heißt das Schlechteste? Also einen, der unnötigste. Nein, da ist man schneller. Da kann man schneller die Leute. Komm, schnell die Leute, natürlich. Bei mir ist Pepsi. Bei mir ist Pepsi-T-Shirt. Lol. Ey. Irgendwie ist es bei mir voll verglitscht. Ich weiß nicht. Okay, um. Ich chill hier oben. Ich muss Pepsi. Jetzt kommt Sophia hier hoch und hat die größte Hitbox. Oh nein, du musst. Ha. Hast du Pepsi? Ja. Wir machen dann Run-V-One mit Ghost Faces. Ich werde eh gewinnen. Leute, man sollte Sophia nicht unterschätzen in Run-V-One. Genau. Weil sie so schlecht ist. Ich muss auch mal ein paar Candy sammeln. Ich will das Gottlieb haben. Das ist so ein cooles Gottlieb. Das schaffen wir noch safe nicht. Ich habe es jedes Jahr versucht. Ja, mit Ginger Scope habe ich es gar nicht versucht. Ich habe das Ganze ja nicht gespielt. Hast du irgendjemanden gesehen? Ja, ja. Draußen ist einer. Da. Achtung. Seid kann. Ach, Digga. Was ist denn mit meinem... Was ist denn mit meinem Aim los? Es tut mir leid. Das ist mir ein Aim. Ey. Jetzt komm. Hol nach draußen. Wir haben nur noch 37 Sekunden. Okay. Run-V-One. Let's go. Sie macht Nahkampf. Okay, ich mach keinen Nahkampf. Nein. Das ist so schlecht. Leute, GG. G-G's. Man wurde auf der Unfall gewandert. Das stimmt gar nicht. Ich habe extra nicht mit Nahkampf gemacht. Ja, hä, aber so... Leute, wenn ihr ein paar 2 haben wollt, dann macht dieses Emoji in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. gonna go. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.